Guten Tag, ich heiße Antonella und ich komme aus Albanien. Seit sechs Monaten lerne ich Deutsch an der Auslandsgesellschaft. Weihnachten ist für mich die beste Zeit des Jahres. Der Retter wird geboren und bringt Frieden und Liebe überall. Jesus ist das genialste Geschenk, das Gott uns Menschen gegeben hat. Weihnachten verbringe ich mit Kindheitserinnerungen, feiere in der Familie, singen mit Geschenken. Wegen der Pandemie kann ich leider dieses Jahr mit meiner Familie nicht feiern. Trotzdem, ich wünsche uns allen, dass nächstes Jahr besser wird, Corona-frei, gesund und viel Glück. Frohe Weihnachten! Gezuar e Krysht Lindjet! Musik 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 Vielen Dank.